Was ist dir heilig? Was ist mir heilig? Mir ist heilig, dass, wenn wir im Glaubenskontext bleiben, dass ich in einer Gesellschaft oder in einem Umfeld lebe, in dem mir mein Glaube auch gelassen wird und mein Glaube nicht nur eine Frage der Rechtfertigung ist. Und das ist vor allen Dingen im katholischen Kontext, das ist ja oft so, dass man sich als Katholike rechtfertigen muss für die Spitzen der katholischen Kirche. Mir ist aber wichtig, dass auch der Blick gerichtet bleibt auf die individuelle Frömmigkeit, die jeder hat. Dankeschön. Was ist Ihnen heilig? Privat ist mir vor allem meine Familie heilig. Das kann ich wirklich sagen, weil das ist meine Tankstelle sozusagen, mein Ort, an dem ich mich wohlfühle, zu dem ich zurückkommen kann, wo Heimat ist. Und der Beruf? Im Beruflichen sind mir heilig nette Kolleginnen, jetzt muss ich aus dem Bild rausweisen, eine gute Arbeitsatmosphäre, dass ich mich selber verwirkliche. Was machen Sie denn im Beruf? Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Bei der katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands. Vielen Dank. Gerne.